Hi Leute, ich begrüße euch hier auf etwas mehr Wasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute geht es sich ums Licht, ja, und zwar ums Licht für dieses Becken da hinten. Ihr wisst ja, ich hatte im Vorfeld die Originalbeleuchtung von AquaMedica drauf, die Cube 30, 30 Watt Lichtleistung und ja, für das, was ich da bisher drin betrieben habe oder gepflegt habe, sagen wir es mal so, an Tieren, Weichkorallen, Lederkorallen, ein paar LPS etc. war die vollkommen ausreichend und hatte die ausreichende Lichtstärke. Aber ich möchte ein kleines bisschen mehr Power drauf haben und im Endeffekt ja dieses Becken ein kleines bisschen upgraden, also sprich auch in den SPS-Bereich reingehen und da braucht man ein kleines bisschen mehr Dampf. und dafür ist dann hier diese Lampe von Kessel in meinen Augen genau die richtige und das hat Tunze auch so gesehen und hat mir diese Lampe zugeschickt. Reicht vollkommen aus tatsächlich und wir können uns das Ganze dann jetzt gleich mal, ja, ich sag mal, im laufenden Betrieb anschauen, was sie kann, was sie leistet, was wir im Endeffekt alles damit machen können. Alles das werden wir jetzt hier gleich mal ein kleines bisschen beleuchten. Also, auf geht's! Ja Leute, aber bevor wir uns Eingemachte gehen, schauen wir uns mal an, was wir alles mit dieser Lampe können, was wir vielleicht noch brauchen und ja, was das überhaupt alles hier kann. Grundsätzlich, die Kessel A160 hat eine Leistungsaufnahme von 40 Watt. Das ist nicht viel. Also eigentlich im Vergleich nur 10 Watt mehr zur vorherigen Lampe. Diese 40 Watt bringen aber tatsächlich weitaus mehr Licht als wie die vorherige Lampe. Das macht natürlich unter anderem die Dense Matrix LED hier drin unter anderem möglich. Die spezielle Lichttechnik, entsprechende Ausbeute. Ihr seht, also es ist ein sehr schönes, flackerndes Licht. Dafür ist Kessel ja im Endeffekt bekannt, dass die wirklich ein richtig schönes Licht haben. Und das ist auch eine Sache, wo ich sage, ja, das gefällt mir sehr gut. So, wenn wir diese Lampe kaufen, wir haben hier einen Grundpreis angesetzt, offiziell. Hier von 320 Euro. Sie gibt aber auch schon, Moment, etwas günstiger, wie hier zu sehen, beim Megazoo. So zieht sich das weiter. Also die Preise, die hier bei Tunze auf der Seite stehen, das sind die normalen Preise. Und der Rest ist halt Wettbewerb. Also die gibt es etwas günstiger, als wie sie hier steht. Da bekommt ihr im Prinzip die Lampe, das Netzteil, ein paar Verbindungsstecker, ein Tütchen mit Aufhängungsmöglichkeiten in der simpelsten Variante. Blende ich euch kurz mal gleich ein. Und ja, das war es dann im Prinzip schon. Dann habt ihr eine Lampe, die eigentlich an der Decke befestigt ist oder wie auch immer. Also, die ihr über eine Zeitschaltuhr steuern könnt, an, aus und manuell oben am Lampenkopf euch die Lichtstärke und die Lichtfarbe dieser Lampe einstellen könnt. Wollen wir das? Ne, glaube ich nicht. Dazu bräuchten wir dann, damit es ein bisschen komfortabler für uns ist, damit wir in so einem Aufgang, so einem Untergang, gegebenenfalls Wolkensimulation oder Ähnliches machen können, den Controller hier, den Spektralkontroller. Und den gibt es auch separat. Der muss dazu gekauft werden. Das ist leider so. Liegt ungefähr bei 110 bis 120 Euro hier. Und dieser Spektralkontroller ist für mehrere Lampen gedacht. Hat aber auch diesen 0 bis 10 Volt Anschluss, den im Endeffekt die Lampe hier braucht. Weil das ist eine analog gesteuerte Lampe, die auch die Möglichkeit hat, über diese Analogsteuerung von über auf nach mehrere Lampen hintereinander zu schalten und zu steuern. Entweder mit diesem Controller hier, der einiges drauf hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann damit akklimatisieren. Ich kann damit entsprechende Programme fahren. Ich habe vorinstallierte Programme. Und, und, und. Ich könnte auch tatsächlich andere Lampen noch hier mit anschließen über einen Digitalanschluss. Das hat dieser Controller auch. Das ist eine Möglichkeit, die, ja, im Prinzip die maximalen Möglichkeiten dieser Lampe hier ausschöpfen. So. Jetzt sind wir ja aber, sag mal, heute die Version, beziehungsweise die Generation, die möchte gerne was Smartes haben. Und Smart funktioniert mit dieser Lampe auch. Allerdings nicht über diesen Controller, sondern über den Tunze Hub. Und darüber habe ich das Ganze im Moment tatsächlich laufen. Und da können wir nachher auch mal reinschauen. Über den Tunze Hub habe ich allerdings nur die Möglichkeit, Lichtfarbe, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang etc. zu programmieren. Ist so ein kleines bisschen aufwendiger wie hier mit dem Controller. Also ist alles so ein kleines bisschen, so ein Für und Wider. Ja, ich bin im Vorfeld natürlich auch hingegangen und habe die Lampe vermessen. Wie viel Lichtdruck bringt sie mir tatsächlich hier? Und ich denke mal, das werden wir jetzt gleich mal so ein kleines bisschen uns näher anschauen. Bevor wir aber zur Lichtmessung kommen, müssen wir uns noch so ein kleines bisschen mit dem Aufbau hier beschäftigen. Ihr seht, da hinten ist dementsprechend dieser Schwadenhals dran. Und den gibt es hier auch separat. Wir haben einmal den normalen Montagearm, den man benutzen kann. Mir war aber der Schwadenhals lieber. Und hier ist der A-Serie Flexarm. Und hier haben wir im Prinzip die entsprechende Aufnahme, die multifunktionell ist. Also die lässt sich über den normalen, ja im Prinzip A-Serie steht. Okay, für die A-Serie, für mehrere Lampen hier einsetzen. Es sind unterschiedliche Aufnahmen dabei. Und wir sehen hier im Prinzip, wir haben entweder eine kleine Aufnahme für die, sprich für die kleinen Lampen hier oder für die etwas größeren haben wir eine etwas größere Aufnahme hier. Das ist diese hier, die dann im Prinzip oben auf die Lampe aufgeschraubt wird. Und dann kann ich dann dementsprechend den Arm mir so einstellen, wie ich das möchte. Die Kabel werden einfach außen dran vorbeigelegt. Ich blende euch das Ganze mal hier mit um. Dann müssen wir die Lampe mal so ein kleines bisschen näher sehen. So schaut das Ganze dann im Betrieb aus. Die Kabel, ja okay, es gibt schönere Varianten, aber tatsächlich ist es gar nicht so schlimm. Dass die Kabel halt links und rechts dran vorbeigehen. Ich habe sie mir noch zusätzlich mit Klettband festgemacht. Es sind im Endeffekt auch ein paar Kabelbinder dabei, um das Ganze hübsch zu verlegen. Und ich kann sie mir tatsächlich so einstellen, wie ich das möchte. So wie sie jetzt hier im Betrieb ist, läuft sie jetzt über den Tunze Hub. Und wenn ich jetzt hier mal hingehe, hier oben dieser Klinkenstecker, der ist im Prinzip dafür da, dass die Lampe hier angesteuert wird. Ich kann den aber auch im laufenden Betrieb herausziehen und kann mir dann hier die Lichteinstellung von der Leistung her selber einstellen. Oder die Lichtfarbe hier auf der Seite. Das ist alles grundsätzlich möglich. Ich kann aber den Stecker auch wieder reinpacken. So, und dann läuft das Programm im Prinzip so weiter wie bisher. Links daneben haben wir noch eine kleine Öffnung. Das wäre dann der Stecker, der dann zu der nächsten Lampe hingeht. Dafür gibt es dann dementsprechend auch Verlängerungskabel etc. pp. Das ist dann halt das Zubehör, was man sich zusätzlich dann holen muss, wenn man mit einem Controller dann mehrere Lampen steuern möchte. So, Ladies and Gentlemen, kommen wir mal zu dem, was euch jetzt am meisten interessiert, und zwar die Paarmessung. Was kann die Lampe? Ich habe hier oben mal so einen Gliedermaßstab dran gehalten, damit wir so ungefähr wissen, auf welcher Höhe das Ganze ist. Und die Lampe hängt bei 50 cm über Boden, Unterkante Boden, also ungefähr 48 cm circa. Wir wollen hier mal nicht päpstlich sein wie der Papst. Das ist ja nur eine grobe Übersicht, was das ungefähr hier bringt. So, ich schalte mal um. Und dann schnappe ich mir jetzt mal den Parwise. Dann muss ich ein kleines bisschen anders bedienen, weil ich hier sonst nicht ins Bild komme. So, gehen wir mal runter. Auf dem Boden. Circa unter die Lampe. Wir haben jetzt hier tatsächlich Volllast eingestellt im Weißformat. Und da unten sind es 180 Paar. Aber wir müssen noch die Pumpe ausschalten, damit man eine saubere Lichtoberfläche kriegt. Und zack, da geht es auch schon ein bisschen runter. Ja, aber trotzdem noch 180 Paar am Boden bei Volllast. Ich habe die Lampe jetzt eigentlich auch nicht auf Volllast gefahren. Das mache ich jetzt nur für die Paarmessung hier. Dann gehen wir in die Mitte rein. So ungefähr hier. Also sprich unten, das waren jetzt bei 60, 55 cm. Jetzt gehen wir hoch auf 40 cm. Da sind wir bei 218 Paar. Jetzt muss ich den Winkel ein kleines bisschen ändern. So, dann haben wir hier auf Höhe meiner ersten SPS bzw. so im mittleren Bereich liegen wir dann bei 260, was ich hier so erkennen kann. 268 und ja, hier oben in meiner Valida eben kurz die, so. Da liegen wir auch so um die 270 Paar. Ja, Moment. So, 220. So, in den Seiten gehen wir mal ein kleines bisschen wieder hier runter. Das, was sie hier an den Seiten tatsächlich bringt, so ungefähr 10 cm über Grund. Da sind wir bei 166, das ist auch immer noch viel. Das ist hier so im mittleren Bereich über den unteren SPS auch noch 180, 190. Also die hat richtig Saft. Und das liegt halt an dieser Dense Matrix, die die hat. So, hier an der Seite nochmal kurz. Da liegen wir bei 140 Paar. Jetzt nehmen wir den Gliedermachstab hier mal raus. Den muss ich gleich wässern und kriege ich haue von meiner Frau. Und jetzt gehen wir einfach mal hin und gucken mal, wie die Leistung ist, wenn ich das Spektrum wechsel. Und ich gehe jetzt einfach mal hin und regele das Spektrum langsam aber sicher ins Blau rein. Wir sind jetzt unten bei, das finde ich lügen, 180 Paar. So. Und jetzt gehen wir ins Blau Spektrum rein. Ihr seht, wie sich das Spektrum verändert. Und da geht der sogar mit der Leistung hoch. 200 Paar. Weil das halt eine Tuna Blue ist, die mehr halt im Endeffekt ins Blaulastige eigentlich ist. 200 Paar am Boden, das ist schon eine Hausnummer. 190 Paar. Wenn es jetzt richtig blau wird, dann gehen wir ins volle Blau Spektrum. Und dann geht er wieder ein kleines bisschen mit der Leistung runter. Da sind wir dann bei 160 Paar. Also die Maximalleistung bringt diese Lampe tatsächlich hier in ein Mischspektrum. Was sehr blaulastig immer noch ist. Aber dann 200 Paar am Boden ist natürlich eine Hausnummer. Ja, krasse Sache das ist. Machen wir einen Schnitt. Ja, da habt ihr gesehen, die Lampe hat also richtig gut Saft. Da kommt richtig gut was bei rum. Und man muss also tatsächlich aufpassen, wie viel man einschillt. Also damit unten auf dem Boden ankommt, kann man eigentlich so schon bei, ich sag mal, 60, 70 Prozent arbeiten maximal. Und das habe ich in der Form jetzt tatsächlich im Vorfeld doch gar nicht ausprobiert. Wäre sinnvoll gewesen. Aber meinen Korallen scheint es nicht ganz so uncool zu gehen. Die scheinen das sehr gut zu finden. Okay. Schauen wir uns dann aber jetzt mal die Möglichkeit an, die wir jetzt haben. Ich habe hier mal meine Kamera so installiert, dass wir uns jetzt erstmal den Sprektalkontroller hier etwas genauer anschauen können. Den ich jetzt hier im Prinzip verbunden habe. Die Lampe läuft aktuell da drüber. Und damit man das vernünftig sehen kann, blende ich mal wieder um hier. Und dann gucken wir uns dann mal an, was der hier so kann. Oh, mein Füßchen da unten. Mit den Nacke Füßen hier. So, das ist die Ansicht, die wir im Prinzip haben. Und oben rechts in der Ecke hier, da haben wir einmal stehen, dass das halt eine Lampe mit 0 bis 10 Volt verbunden ist. So, ich versuche das mal gerade zu halten hier, damit das alles passt. So, dann versuchen wir mal hier reinzugehen. Das ist unser Dashboard im Prinzip, wo wir halt sehen können, welche Art von Lampen verbunden sind. Hier haben wir diesen Digitalanschluss, der hier unten noch dran ist. Der hier. Der hier unten, da. Aber wir sind ja hier über, aber das spricht jetzt, das wäre dieser K-Link, 0 bis 10 Volt sind wir hier verbunden. So, dann haben wir jetzt hier, gehen wir einmal zur Seite. Ne, Moment. Das muss man auswählen. So, und jetzt können wir gucken, wie was eingestellt ist. 0 bis 10 Volt, seht ihr da. Und da ist das aktuelle Spektrum auch dargestellt, wie ich es eingestellt habe. Und hier drüber können wir im Prinzip die verschiedenen Einstellungen, die wir haben, uns anschauen, aber nicht verändern. So, jetzt gehen wir einen weiter. Hier haben wir jetzt unsere Programme. Und dann gehen wir einfach mal in eins von diesen Programmen rein. Ihr seht da, wir haben Present Tuner Sun, wir haben Present Tuner Blue. Dann Akklimatisierung ist möglich. Und unten rechts haben wir dann auch ein Mond Cycle, wo ich noch nicht wirklich hintergekommen bin, wie der funktioniert. Aber lassen wir jetzt mal dahingestellt. So, gucken wir uns das einfach mal an. Grundsätzlich fängt jede Programmierung hier bei 0 an. Das heißt also, der Punkt, der am erster und an letzter Stelle ist, muss 0 sein. Wenn ich da jetzt draufgehe, so, seht ihr hier, Intensität 1, okay, 1, nein, eigentlich 0. Moment, jetzt gehen wir hier weiter. Ihr seht, ich bin richtig gut vorbereitet. Dann da rein will, genau in der Mitte nochmal rein. Und hier gehen wir dann runter auf 0. So, das war nämlich falsch eingestellt. Dann wieder zurück, noch ein zurück und der zweite Punkt kann dann mit Beleuchtung anfangen. So, wir haben jetzt die Problematik hier. Da seht ihr, da ist die Farbe Color 100 eingestellt und Intensität 1. Ich weiß nicht, ob ihr das Becken jetzt gerade seht, wie gut man das sehen kann. Ich blende das nochmal eben kurz um, damit ihr sehen könnt, wie wenig, wie viel Licht das eigentlich dann doch schon ist bei 1%. Also das ist aus und das ist an bei 1%. Also das ist schon extrem hell. Ja, also so einen richtigen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang haben wir hier nicht. Ja, es ist natürlich wenig Licht, aber das könnte weniger sein. Und hier drüber gehe ich jetzt im Prinzip hin, Stück für Stück, stelle mir meine Farbe ein. Da wir jetzt hier tatsächlich nur eine normale, analoge Thunablu haben, sind die beiden Regler oben wichtig. Die drei unten sind in dieser Matrix hier nicht aktiviert. Die kann ich auch nicht verstellen. Also wenn ich da jetzt draufgehe, weiter, weiter aktivieren. Genau, auch die Farbe. Ich kann nicht nach unten gehen und die einstellen. Das funktioniert hier auch bei dieser Lampe nicht. Aber ihr seht, die Möglichkeit dafür, wenn wir jetzt eine A360 hätten oder so, die hätte dann auch noch Rot, Violett und Grün. Und die könnten wir dann hier auch dann noch separat einstellen. Und so programmiere ich mir im Prinzip meinen Tag hier drüber. Und gehe nochmal in eine rein. Hier hätte ich dann noch die Möglichkeit, Effekte einzustellen. Also sprich, Gewitter oder Aurora, Borealis etc. pp. Verschiedene Möglichkeiten haben wir hier, die wir einstellen können. Und auf der rechten Seite können wir dann einstellen, wie viele Sekunden, also 120 Sekunden. Und dann macht ihr das in dieser Zeit einmal für 120 Sekunden. Na, diese Möglichkeiten haben wir hier im Prinzip. Na komm. Und dann haben wir hier unten einmal die Bestätigung, dass wir das abspeichern könnten. Wir haben aber noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte den Ursprung wiederherstellen. Oder er soll einmal hier hingehen und das Ganze durchlaufen lassen, damit wir sehen, wie es aussieht. So, diese Möglichkeit haben wir hier auch. Der Controller, der ist da schon recht vielfältig. Ich sage jetzt einfach mal nur pauschal abspeichern. Jo, ist abgespeichert und gut ist. So, dann haben wir hier die verschiedenen Sachen. Wir können dann noch unsere eigenen erstellen. Da sind also noch genug Slots frei. Dann gehen wir hier nochmal raus. Und dann haben wir hier die Settings für Demo, wie das Display eingestellt werden soll. Firmware können wir updaten und, und, und. Ja, und dann verließen sie ihn bei diesem Controller eigentlich auch schon. Zack. So. Den habe ich hier hinten mit einer Magnetplatte. Wird er geliefert. Den kann ich hier einfach ganz normal dran machen. Und dann ist der da hinten auch fest. Und wir haben im Prinzip dann eine vernünftige Steuerung für die Lampe. Wer jetzt den Hub von Tunze nicht hat, kann dann über diesen separaten Controller hier die Lampe dann entsprechend steuern. So. Jetzt habe ich aber noch den Hub, weil den möchte ich hier oben auch weiterhin einsetzen oder dementsprechend einsetzen. Den verbinde ich jetzt wieder mit der Lampe. Und jetzt gehen wir mal hin und schauen uns das Ganze auf dem Hub an, wie das da aussieht. So. Eben vorbereitet und auf geht's. So schaut es jetzt hier auf dem Hub aus. Und das sieht jetzt erstmal fast ähnlich aus, wie wir es tatsächlich haben. Aber hier ist die Programmierung noch ein kleines bisschen, ja, da ist ein bisschen mehr tricky hinter. Wir haben hier tatsächlich nur diese beiden Regler. Und das Erste, was wir hier tatsächlich machen müssen, wir müssen dem hier oben sagen, um was für ein Interface sich das handelt. So. Und wir haben hier natürlich ein Analog Interface. So. Wir können das auch digital umschalten. Darauf steht im Auslieferungszustand, das heißt, wenn ich eine Lampe anschließen möchte, ist grundsätzlich digital eingeschaltet. Also wenn ihr das dann umstellen wollt, beziehungsweise diese Lampe ihr habt auf analogen 0 bis 10 Volt Modus, müsst ihr auf analog umstellen. So. Und dann fängt der Spaß eigentlich schon an. Ihr solltet euch darüber klar sein, wann ihr im Endeffekt mit der Beleuchtung anfangen wollt. Weil. Und jetzt wird's interessant. Das ist die Programmierung. So. Wir haben hier einen Bereich. 0 bis 7 Uhr. Jetzt muss ich tatsächlich mal ein kleines bisschen näher ran. Ich bin nämlich blind auf beiden Augen. Moment. Ich mach's ein kleines bisschen größer für mich. Ah. Jetzt kann ich's lesen, auch auf Entfernung. 0 bis 7 Uhr 50. So. Das ist so ungefähr bis hier. Da müssen wir auch tatsächlich hingehen und dem System sagen, in der Zeit ist nix. Ich muss tatsächlich für diesen Zeitraum hier einen Zeitraum programmieren. So. Jetzt haben wir hier unten. Ja. Beide Regler auf 0. So. Der nächste ist von 7.50 bis 11 Uhr. 11.35 Uhr. Das ist der Anstieg hier. Die Rampe. So. Den habe ich angegeben. Mit der Farbe. Tatsächlich auch wieder die Farbe komplett geändert auf Tageslicht. Der untere Regler A2 ist Tageslicht. Der obere Regler ist die Leistungsansicht. So. Und ihr seht, da steht auch wieder 0. So. Warum? Seht ihr jetzt gleich beim dritten Eintrag. Der ist nämlich hier. So. Von 11.35 bis 12.35. Und da haben wir die 60% eingestellt und die Farbe 0. Das ist eine Besonderheit hier, die ich in der Form, ja, erst herausgefunden habe. Es ist tatsächlich so, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt ja ab hier, ab diesen 7.50 bis 11.35 schon Licht haben, muss tatsächlich der Beginn hier auch noch auf 0 liegen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, hier setze ich jetzt schon Leistung drauf, dann fängt der tatsächlich an und geht hier im Bereich schon mit seiner Leistungskurve nach oben. Das muss man wissen. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze. Und wir können auch immer nur stundenweise hier programmieren. Das heißt also, maximale Einstellungszeit für einen Slot ist eine Stunde. Und dann habe ich im Prinzip die Möglichkeit zu sagen, hier sind wir jetzt im aktuellen Modus. Da haben wir jetzt von 15.30 bis 20.00 Uhr. Da haben wir jetzt die 84%. Dann nehmen wir mal ein bisschen runter, weil wir haben ja festgestellt, das geht jetzt hier mit 60, 70%. Nehmen wir 70. 70. So. Müsste dann da oben auch zu sehen sein. Da muss ich dann auch noch mal ein kleines bisschen nacharbeiten hier unter dem Slot. Da war auch zu viel drin. Da habt ihr die Spitze gesehen. Gehen wir runter auf die 70%. Und da ist sie geändert. Und zum Abend hin, hier seht ihr dann auch noch mal, da geht es noch mal mit der Leistung hoch. Allerdings ändert sich dann da die Farbe. 70%. So. Und ab hier hinten ändert sich die Farbe. Jetzt habt ihr natürlich gedacht, ja okay, warum sind da noch zwei, drei Stück zwischen? Wir könnten doch hier einen kompletten machen. Das ist das gleiche Spiel wie mit dem Slot am Anfang. Ich muss zwei Slots haben, die auf dieser Leistung definiert sind. Und Ende des zweiten Slots kann ich erst sagen, so jetzt geht es wieder runter. Ist ein bisschen tricky. Muss man auch ein bisschen rumfummeln, um das rauszukriegen. Aber im Endeffekt, ihr seht, das funktioniert. Und was ich jetzt hier nicht rausgefunden habe, wie es geht, das Ganze im Prinzip hier einmal durchlaufen zu lassen und zu gucken, wie es ausschaut. Also man sollte im Vorfeld dann halt tatsächlich schauen, was habe ich für Einstellungen, was habe ich für Licht, wie ich es haben möchte. Und zu dem Zeitpunkt kann ich dann sagen, okay, ja, diesen Slot möchte ich jetzt gerne mit der und der Lichtfarbe haben. Oder das soll in diese Richtung gehen. Ich kann es tatsächlich nicht so rein programmieren. Weil das halt hier, diese Time-Control-Slots, die lassen sich halt nicht einmal durchlaufen. Das ist noch leider nicht implementiert, aber ich denke, das wird für die Lampen dann auch bald kommen. Ja, das erstmal zur Programmierung beim Tunzer Hub. Alles in allem bin ich von der Lampe schwerst begeistert. Aus dem ganz einfachen Grund. Guckt euch das Licht an, guckt euch die Kringel-Effekte an. Das ist bei einer anderen Lampe, ich sage mal, bei der Straton, die ich unten habe, ist der Kringel-Effekt auch da, ja, aber nicht so stark wie hier bei dieser, bei der Kessel mit dieser Dance-Matrix. Da haben wir es ganz extrem und ich finde diesen Effekt hier oben, finde ich den cool. Ob ich den unten jetzt komplett drüber haben möchte, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Vor allem, da müsste einiges an Lampen drüber, damit ich da ausreichend Licht drauf habe, alles vernünftig ausgeleuchtet habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, das Video war mal wieder lang genug. Und ich hoffe, ich konnte euch das hier alles ein kleines bisschen näher bringen, wie man mit der Lampe umgehen kann, wie man sie programmieren kann, was es für Möglichkeiten gibt etc. Solltet ihr noch weitere Fragen haben, schreibt es runter in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar, der da unten auftaucht. Ich freue mich genauso gut über jedes Däumchen. Bitte für den Algorithmus nicht vergessen und ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Egal wann ihr das Video gesehen habt, zu jedem Tag, Abend oder Nacht. In diesem Sinne, euer Viper. Ciao. Пока. Bis zum nächsten Mal.